Okay, also zwei Sachen muss ich jetzt sagen, die mir aufgefallen sind. Erstens, ich weiß wieder, was im letzten Part ich sagen wollte unter den gravierenden Veränderungen Nummer 2. Der Bildschirm ist jetzt größer. Also, ihr seht jetzt mehr, hoffe ich, weil der letzten beiden Parts war ja ziemlich klein. Und zweitens muss ich jetzt sagen, ich höre mich im letzten Video etwas leiser an. Ja, ich habe den Aufnahmepiegel wieder etwas darunter gesetzt. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich den Ingame-Sound leiser machen kann. Ich versuche jetzt mal. So, ich habe jetzt einfach bei meinen Kopfhörern leiser gestellt. Vielleicht nimmt es dann noch leiser auf, wer weiß. Und ich habe meinen Aufnahmepiegel lauter gestellt. Vielleicht hört man deine meine Stimme dadurch lauter. Und vielleicht auch deine, wer weiß. Nein. Die Qual der Wahl. Kommen ihr Monster raus? Anscheinend ist das nur eine Röhre, die uns nichts führt. Wow. Hey, das war cool. Wow. Hey, scheiß Schneemänner. Hey. Yoshi. Hey, Yoshi. Yoshi. Mann. Yoshi. Mann, guck. Hallo. So. Endlich. Ähm. Ah. Bluck, bluck, bluck. Alter, überall Scheige ist eingefroren. Hohoho. Hohoho. Hoi. Hä? Was wird denn das? Hä? Achso, ich dachte schon, das wäre nur zum Fun gewesen. Ne. Scheiß, ey. Rutschen. 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 For the win, for the win. Bluck. Okay, was hat das jetzt so gebracht? Das war einfach nur just for fun, nehme ich an. Gut. Rutschen. Kommt doch wieder ein Schneemann, oder? Tja. Die auch wieder, oder? Ha, ha, ha. Man muss alles prüfen. Wow. Obwohl, mir bringt es gar nichts, wenn ich jetzt noch was einsimmeln würde. Ich kriege sowieso nicht mehr alles. Ah, natürlich. Ein kleiner Hochhüpfer ist genehmig, ne? Ui. Ui. Oh Gott, das waren sogar zwei rote Münzen. Dann hat es sicher doch gelöhnt. Wow. Wow. Es ist so groß und lila. Passend. Ich bin rosa. Nein, ich bin lila. Ich bin rosa noch und... Na, super. Es ist ja so doof, Mann. Ich scheiß drauf. Meine Mutter ist so nett. Das passt jetzt gar nicht. Aber egal. Auf der Yoshi. Gut gemacht. Und du hast es geschafft. Yay. Ein Abspeicherkreis. Das bringt jetzt nicht so viel, aber egal. Ah, dieses Level mit den Liften. Das kann nerven. Was schließen darf? Ich mag dich nicht so. Und wir darauf. Wow. Hey. Das ist ja fies. Wow. Hey, One-Up. Na ja, geil. Ich habe über 100 One-Ups. Oder wie viele habe ich insgesamt schon? Ich weiß es nicht. So. Hoch. 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 Ähm, okay. Ah, warte. Nein. Oh, Mann. Ach, hier kommt ja wieder einer. Das ist ja praktisch. Oh, nein. Weg mit dir. Oh, das war ein Headshot. Oh, oh. Hör. Oh Gott. Hä? Oh. Ey, diese Level bringt mich noch um. Toll. Keine Sachen mehr. Ich glaube, ich habe dieses Level schon immer gehasst irgendwie. Oh, okay. Ja. Schon klappt. Ui. Oh, Gott. Oh, Gott, Alter. Ah, Garte. Oh. Ey, ist das zu fassen? Wir haben alle Blumen gekriegt. Auch nicht schlecht. Also, das Level war ja doch gar nicht so schlecht für mich gelaufen. Okay, keine Bonus-Sage. Aber egal. Na, wie steht es? 30, 15 und 5. 95, nicht schlecht. Irgendwie kommt mir gerade die WM in den Sinn. Also, Leute. Dieser komische Typ da, ne? Der argentinische Trainer. Der ist ja sowas von eingebildet, ne? Der denkt, er wäre der Beste mit seiner Mannschaft und die würden Deutschland gleich rausfegen. Eiswürfelwelle, ey. Also, ich bin fest der Überzeugung, Deutschland wird Argentinien so in den Arsch treten. Und was meint ihr? Also, ich wünsche es Deutschland nur. Dies ist ein frostiges Pflaster und sehr rutschig. Bei deiner Feuermelone im Mund kann Yoshi dreimal Feuer speien und so Eisblöcke schmelzen und Gegner einheizen. Cool. Oh nein, das Level habe ich auch übelst gehasst, bin ich der Meinung. Hier ist ne Sonne. Ah, das brauche ich. Hey. 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 Menu. Oh, jetzt mal das wegschmelzen. Und bam. Das war ein Seitentreffer, Mann. So, muss das sein. Oh Gott, hier ist es echt rutschig. Wow. Bam. Oh, Schütte. Oh, oh, Schütte, Mann. Ähm. Ah, er ist fast reingegangen. Oh, Mann. Äh. Oh, Mann. Dummer Fischkopf. So, jetzt da drin. Yay, yay. Mimis, Mimis, yay. Okay, genug Mimis. Boah, es ist echt ein rutschiges Pflaster hier. Ach, Schneemann. Wuh. Ha, 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 ha. Gott, take this. Wow. Oh, praktisch. And you can take this. Hey. Komm her, komm her, komm her. So, hab dich. Aufgemamft. Kannst du da rein? Oh, lol. Okay. Du, 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 du. Oh, je. Hat dich so. Yay. Oh, so. Na, 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 na. Ah, sonst kriegt man noch die ganzen roten Münzis hier. Na, 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 na. Ah, eine Feuermelone. Wow. Ich hatte eben Angst. Okay, jetzt ist doch... Ach so, ja. Hier muss man das so machen, sonst würden die dich so übelst runterpicken. So. Und toll, wenn man es überlebt hätte, hätte man zwei rote Münzen gekriegt. Und man wäre hier weitergekommen, denn ich sehe... Okay. Ähm. Say state. Denn das wird jetzt eikel. Und ich wusste, ich schaff's nicht. Tja. Ah. Gibt es überhaupt eine Lösung? Es gibt eine. Woo. Okay. Das find ich cool. Kein Speicherkreis. Das ist halt Alarm. Okay. Ah, da ist ja einer. Wenn ich eine Feuerblume hätte, die sich wahrscheinlich hier befindet, oder? Äh, Feuerblume. Ich denke schon wieder an Mario. Ach, zu viel Super Mario Galaxy 2 gezockt oder 1. Beides geht. Beides ist ja die Feuerblume, halt. Wow, 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 wow. Oh, oh. Oh, no. Wow. Oh, ja, das wäre praktisch gewesen. Ah. Jetzt muss ich mir das so kompliziert machen. Oh, nee. Bei dem gehen wir einfach. Nein, ich rutsche auch noch ab. Du, 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 du. Mama. Aber ich habe ja einen Sternkreis gehabt. Und ich kann das mit Mario nochmal versuchen. Das werde ich auch. Das werde ich auch. Aber erst mal. So. Das hat mich nämlich behindert. Ich wollte das unbedingt haben. Oh, ey. Eis ist rutschig und nervig. Oh, ey. Apa? Oh, ey. Oh, ey. Dann geht's. Ich跳 differ. ich habe ja noch was okay an dieser stelle hier im nächsten part weiter oh helikopter ist angesagt also bis zum nächsten mal freunde